Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Mein Name ist Veit und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in meinem Podcast Seelen gefügelt für die Rebellen des Geistes. Wenn du ein wirklich starkes, wahres, aufrechtes Leben leben möchtest, kommst du an dem Thema Werte nicht vorbei. Werte sind unser geistiges Rückgrat. Sie sind die Basis für wirkliche Selbstachtung und für eine gesunde Selbstliebe. Deswegen wünsche ich dir, dass diese Episode dich dazu einlädt, dich sehr bewusst mit deinen Werten auseinanderzusetzen und sie mutig zu leben. Bis gleich. Ihr Lieben, ich habe heute Morgen vielleicht sogar das unbequemste Thema zum Thema Selbstliebe mitgebracht. Es ist ein sehr heißes Thema und es ist gleichzeitig das Thema, wenn du dich dem stellst, worüber sehr wahrscheinlich die meiste Kraft zu dir zurückkommt, sich in dir aufbauen kann. Also du kannst dich echt darauf freuen. Und ich bitte dich, mir heute Morgen ganz, ganz wach und so radikal ehrlich wie möglich zuzuhören. Ich bitte dich, mir jetzt mal wirklich so zuzuhören, als wenn du gerade mit einem super, super guten Freund zusammensitzt, mit jemandem, dem du alles erzählen kannst, wo du alle Karten auf den Tisch legen kannst, wo du total ehrlich sein kannst, vielleicht sogar ehrlicher mit dir selbst, als du es bis jetzt je gewesen bist. Und ich bitte dich, mir sehr, sehr aufmerksam zuzuhören. Ich bin überzeugt davon, dass das Element, was wir jetzt mit dir teilen möchten, nämlich dass die Kraft von Standing den Unterschied macht, ob das Thema Selbstliebe für jemanden mehr oder weniger so eine lächerlich-tragische Komponente von Narzissmus-Beweihräucherung behält oder ob Selbstliebe etwas wirklich sehr Tiefes wird, etwas, was aus dir heraus strahlt, sodass du im Grunde genommen gar nicht mehr über Selbstliebe reden musst, sondern Selbstliebe bist. Ich rede über die Kunst und die Herausforderung, ein wahrer Mensch zu sein. Ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass es relativ einfach ist, Worte in den Mund zu nehmen, wie zum Beispiel, ich habe mich selbst lieb, das Leben ist wunderbar, ich vertraue mir, ich vertraue dem Leben. Das geht vor allen Dingen dann besonders gut, wenn das Leben gerade scheinbar auf unserer Seite steht, wenn die Sonne scheint. Aber wir alle haben Herausforderungen zu meistern, wir alle werden getestet, wir alle stehen manchmal im Sturm und manchmal werden wir auch so richtig mit der Nase in den Schlamm gedrückt und dann brauchen wir eine Kraft, die wir Standing nennen. Was ist Standing? Standing bedeutet zu wissen, wer du wirklich bist, wofür du wirklich stehst und diese Werte, dieses Wissen auch unter Bedrohung aufrechthalten zu können. Schau, ein Tier hat einen Vorteil, ein Tier kann permanent instinktiv reagieren, es kann dir in die Hand beißen, wenn es sich bedroht fühlt, es kann dir deine Stulle klauen, es kann wieder wegrennen, es kann all diese Sachen machen, die im Tierreich passieren, die, wenn wir von außen schauen, manchmal auch richtig skurril oder traurig aussehen, aber ein Tier bewertet sich nicht, sondern es lebt einfach. Du hingegen hast im Vergleich zum Tier, wir könnten sagen, es ist ein Vorteil, es ist aber auch manchmal ein echter Nachteil, die Fähigkeit und sogar die Pflicht, das, was du tust, permanent zu bewerten. Und gerade in Zeiten, wo Menschen sich immer höhere Ideale stellen, also gerade im psychospiritären Bereich, da haben Menschen ganz oft den Anspruch, wir möchten bedingungslos leben, wir möchten die Welt retten, wir möchten eins mit allem sein und so weiter. Das klingt ja alles ganz gut, aber was du in diesem Augenblick machst, ist, du schraubst in dir einen Anspruch sehr hoch und die Versuchung könnte sein, die Gefahr könnte sein, nicht genau hinzuschauen, was davon lebst du denn eigentlich? So der Punkt ist, und das ist wirklich wichtig zu verstehen, wenn du Selbstliebe auf einer tiefgreifenden, erwachsenen Ebene begreifen möchtest, dass Selbstliebe relativ wenig damit zu tun hat, was du dir und anderen Menschen erzählst. Ich gehe sogar so weit zu sagen, Selbstliebe hat relativ wenig damit zu tun, was du hin und wieder in der Meditation erfährst. Das ist toll, wenn du auf deinem Kissen sitzt, die Augen schließt, still wirst, Räucherstäbchen anhast, wenn du dich dann gut führst. Es ist toll, wenn du dann in dir diese Weite spürst, das halte ich für unglaublich wichtig. Aber wenn du nach der Meditation das, was du in der Meditation für dich erfahren hast, nicht in deinen Alltag mitbringst und das heißt tatsächlich wirklich umsetzt in eine physische Handlung, dann registriert etwas in dir, bewusst oder unbewusst, dass du dich selbst verarscht. So das Standing, von dem ich jetzt gerade rede, ist Integrität. Natürlich gibt es auch ein wirklich körperliches Standing, was enorm hilfreich sein kann. Aber ich möchte heute Morgen mit dir über dieses geistige Rückgrat sprechen, über deine Werte. Du bist, ob du willst oder nicht, ein werteorientiertes Wesen. Das heißt, was immer du tust in deinem Alltag, bewertest du. Wir wollen das manchmal nicht wahrhaben, wir drücken das manchmal weg, aber wir bewerten das. Wenn wir uns zum Beispiel etwas vornehmen und es dann nicht durchführen, es kann sein, dass wir denken, ach, das ist ja nicht so wichtig, aber ein Teil von uns bewertet das. Wenn du den Anspruch an dich hast, ehrlich zu sein und dann aber tatsächlich wieder hinter dem Rücken von einem anderen Menschen über jemanden Dritten redest, du kannst dir sicher sein, es gibt eine Instanz in dir, die das bewertet. So weil Werte für Menschen so wichtig sind. Es ist wichtig zu verstehen, dass das eine immense Quelle von Selbstachtung sein kann, aber eben auch von Selbstschwächung. So Selbstachtung entsteht, wenn du für dich bewusst einen Wert wählst und wenn du diesen Wert dann tatsächlich auch lebst, jedes Mal, wenn du verpasst, deinen Wert wirklich zu definieren, wenn du einfach so mitgehst oder wenn du vielleicht sogar weißt, was dein Wert ist und du brichst ihn, schwächst du deine Selbstachtung. Da müssen wir ganz schonungslos hinschauen. So an der Stelle können wir alle guten Sprüche über Selbstliebe einfach nur in die Tonne klopfen. Und das ist mir ein großes Herzensanliegen. Wisst ihr warum? Weil ich in dem Bereich, in dem ich arbeite, ganz viele Menschen mit enorm großen, wunderschönen Idealen antreffe. Wir nennen sie manchmal mit so einem kleinen, ironischen Unterton die Gutmenschen. Aber für mich liegt darin ein enormes Potenzial. So Menschen, die für sich beschlossen haben, ja, die Liebe ist wichtig. Ja, Mitgefühl ist wichtig. Ehrlichkeit ist wichtig. Das heißt, Menschen mit ganz, ganz vielen Werten, die aber leider manchmal verpassen, hinzuschauen, okay, hier ist mein Wert und hier ist meine Handlung. Wie groß ist die Lücke dazwischen? Und wir laufen Gefahr, wenn wir uns selbst sehr idealisieren oder wenn wir einen großen ideellen Anspruch an unser Leben haben, diese Messlatte immer, immer höher zu legen, sodass der reale, bodenständige Menschen uns an einer bestimmten Stelle vielleicht gar nicht mehr versucht, da hinterher zu kommen. Kriegst du den Punkt, was ich meine? Also wenn du Werte hast, ein Ideal hast, wie ein Mensch zu sein hat, die eigentlich im Engel gleich kommen, dann kann es sein, dass der reale Mensch in dir sagt, fuck, das schaffe ich eh nie, dann lasse ich lieber sein. Und dann entsteht manchmal ein tragischer Selbstbetrug, ja, dass wir uns einreden, wir wären schon viel weiter, aber tatsächlich sind wir das gar nicht. Ich möchte dich heute Morgen einladen, den Mut zu finden, das innere Standing zu finden, dir diese Lücke in deinem Leben total ehrlich anzuschauen. Diese Lücke können wir sowohl nach innen haben, als auch nach außen. Wir können uns selbst verraten, indem wir verpassen, Werte aufzustellen oder aber die Werte, die wir haben, selbst verraten und wir können natürlich uns selbst auch nach außen verraten, indem wir zum Beispiel Beziehungen eingehen, Verhaltensweisen, Muster in unseren Beziehungen tolerieren, von denen wir eigentlich ganz genau wissen, die tun uns nicht wirklich gut. Jedes Mal, wenn wir unsere Werte so verraten, sickert unsere Kraft raus, verlieren wir an Selbstachtung. Und wir merken das oft erst im Nachhinein, wie klein wir uns gemacht haben. So die Frau, die sich über Jahre weg eingeredet hat, ich mache das ja aus Liebe zu meinem Mann, dass ich toleriere, dass er trinke, dass er manchmal laut wird, dass er mich vielleicht sogar schlägt, die merkt sehr wahrscheinlich erst in dem Punkt, wo sie aufsteht und geht, wie klein sie sich eigentlich gemacht hat. Warum ist das so? Weil wir sehr häufig verpassen, unser eigenes Gehirn einer bewussten Wertediskussion auszusetzen. Wenn du willst, mach mal das Experiment in den kommenden Tagen und frag die Menschen um dich herum, was sind denn deine 10 bis 20 wichtigsten Werte im Leben? Und wenn dir dann Menschen sowas sagen wie Liebe, Ehrlichkeit, dann bohr mal weiter und frag, was bedeutet denn Ehrlichkeit? Definier mir mal genau, was Ehrlichkeit ist. Und lebst du wirklich Ehrlichkeit? Also Ehrlichkeit ist so ein schönes Beispiel. Die meisten Menschen würden sagen, ja natürlich will ich ehrlich sein. Aber die wenigsten haben sich gefragt, was genau verstehe ich unter Ehrlichkeit? Verstehe ich zum Beispiel unter Ehrlichkeit, dass ich immer dann, wenn du mich fragst, alles sage oder bedeutet für mich Ehrlichkeit, dass ich per se alle Karten auf den Tisch lege, weil ich schon zum Beispiel spüre, hey, das betrifft uns beide, also lass uns drüber reden. Warum fällt uns das ganz oft so schwer, Werte zu benennen und einzuhalten? Das hat verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, und das ist echt wichtig zu verstehen, Werte zu finden, ist für unser Gehirn anstrengend. Okay? So, jedes Mal, wenn du dir die Mühe machst, in einem bestimmten Bereich deines Lebens einen Wert zu definieren, zum Beispiel in deiner Liebesbeziehung den Wert Ehrlichkeit, Treue, Freiheit. Ahnt dein Gehirn bereits, okay, wenn es anfängt, darüber nachzudenken, wenn es anfängt, diesen Wert wirklich klar herauszuschälen, dann wird das Konsequenzen haben, okay? So, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte nur noch mit Menschen zusammen sein, die wirklich ehrlich und transparent mit mir sind, dann ahnt dein Gehirn natürlich bereits, fuck, das wird eine Riesenwelle in meinem Beziehungskreis auslösen. Wenn ich das mit Otto teile, es kann sein, dass Otto dann weg ist. Was ist mit dem? Was ist mit dem? Was ist mit dem? Das heißt, Werte sind erstmal sehr, sehr unbequeme geistige Samenkörner. Werte wühlen in unserem System die Kompromisse auf. Werte stören die scheinbaren Gleichgewichte in unserem Leben. So, deswegen ist es für die meisten Menschen heutzutage immer noch viel einfacher zu sagen, ah ja, ich bin für die Liebe, ich bin für die Ehrlichkeit, aber eben nicht wirklich darüber nachzudenken, was es für sie bedeutet und nicht wirklich darüber nachzudenken, welche Konsequenzen das haben könnte. Der Preis, Menschen ohne Werte, die schippern einfach so mit, die haben einfach kein Standing. Wir können auch sagen, hart ausgedrückt, sie sind so ein bisschen wie so eine amorphe Füllmasse im Gewebe einer Gesellschaft, okay? Weil das sind die Menschen, die irgendeinem Führer oder irgendeiner Führerin hinterherrennen, anstatt sich zu fragen, warten wir ganz kurz, was passiert da wirklich? Ist das wirklich mein Plan? Und dann aber irgendwann sich als Opfer begreifen. Das sind die Menschen, die in Freundschaften oder Beziehungen viel, viel Zeit absitzen, warten, hoffen, um dann irgendwann enttäuscht zu sein, sich als Opfer zu fühlen, anstatt ehrlich hinzuschauen und zu sehen, ich persönlich habe verpasst an einer bestimmten Stelle zu sagen, das ist mein Wert, dafür stehe ich ein. Du merkst schon an meiner eindringlichen Art heute Morgen, das Thema liegt mir so am Herzen, weil wir brauchen in der Gesellschaft, in der wir leben, unter den Bedingungen, die wir leben, wir brauchen extrem viel mehr wache, wertebewusste Menschen. Weil ansonsten schluckt diese Gesellschaft mit all ihren Reizen, mit all ihren Ablenkungen, mit all das, was jeden Tag auf dich einströmt, sie schluckt uns einfach. Und sie schluckt uns am Ende von einem Tag aus und wir haben funktioniert, wir haben irgendwie gelebt, aber wir haben uns nie die Frage gestellt, ist es wirklich meins? Will ich auf die Art und Weise kommunizieren? Will ich auf die Art und Weise leben? Wir brauchen viel mehr wache Menschen. Und wenn du es mit der Selbstliebe ernst meinst, wenn du richtig in deine Power kommen willst, dann stell dich diesem Thema. Strenge dein Gehirn an. Nutze zum Beispiel den heutigen Tag, dich einfach mal hinzusetzen und für die wichtigsten Bereiche in deinem Leben, und das sind für die meisten von uns Liebesbeziehungen, Freundschaft, Arbeit, die zehn wichtigsten Werte zu definieren. Und dann mal ganz ehrlich und schonungslos hinzuschauen, wie lebst du die? Und wie sehr erlaubst du anderen Menschen, über die Grenzen dieser Werte zu treten? Weil das ist natürlich dann der zweite Punkt. Wenn wir uns die Mühe gemacht haben, unsere Werteliste zu erarbeiten, Andrea und ich nennen das unsere persönliche Ethik, dann hast du plötzlich in diesem Universum, du hast deinen Polarstern, du hast etwas, woran du dein Verhalten messen kannst. Und lass uns ehrlich sein, das ist manchmal echt ätzend. Das ist echt ätzend, wenn du dir selbst dabei zuschaust, wie du deinen eigenen Wert verrätst. Aber jetzt hast du die Möglichkeit, dich wieder zu korrigieren und zurückzukommen. Jetzt hast du die Möglichkeit, zu anderen Menschen hinzugehen und zu sagen, jetzt verstehe ich erst mal, was mich in unserer Beziehung immer so genervt hat, weil dieser eine für mich so wichtige Wert einfach nicht gelebt wird. Und du ahnst das schon, was jetzt kommt. Jetzt haben wir die große Herausforderung, in all unseren Beziehungen Standing zu entwickeln, den Menschen, die uns wichtig sind, auf Arbeit, in der Freundschaft, in die Augen zu schauen und zu sagen, ich liebe dich, ich möchte mit dir zusammen sein, aber nicht unter allen Umständen. Dieses Leben ist dafür da, dass ich erkenne, wer ich wirklich bin. Dieses Leben ist dafür da, dass ich würdevoll in Selbstachtung durch dieses Leben gehe. Und ich habe für mich herausgefunden, dass dieser Wert für mich extrem wichtig ist. So, warum machen wir das ganz oft nicht? Unterm Strich ist es ganz einfach. Wir sind evolutionär gesehen ein Herdentier. Wir wollen dazugehören. Wir wollen geliebt werden. Und es ist einfacher, in der Schafherde mitzurennen und zu blöken, anstatt den Kopf zu heben und zu sagen, nee. Und das Risiko, was wir immer dabei eingehen, ist, dass der andere Mensch sagt, tja, wenn das dein Wert ist und wenn das die Bedingung ist, dann bin ich raus aus dem Spielen. Also, kleine Vorwarnung, wenn du das Thema, was ich gerade mit der Teile wirklich ernst nimmst und anfängst, dein Leben auf dieser tiefen Reifen Ebene zu begreifen, dann kann es sein, dass sich an manchen Stellen deine sogenannten Freundschaften ausselektieren. Und ich wette, dass viele von euch die Erfahrung schon gemacht haben. Aber anders ausgedrückt, positiv ausgedrückt, wie sollen dich denn die Menschen, die wirklich zu dir passen, die sagen, geil, darauf habe ich wirklich Bock, wie sollen die dich denn finden, wenn du bis jetzt durch das Universum rennst und ich drücke es jetzt mal ganz hart aus, es mit jedem treibst. So, wenn wir unsere Werte nicht benennen, beziehungsweise verraten oder von anderen verraten lassen, irritieren wir esoterisch ausgedrückt das Universum. Das Universum schaut uns an und sagt, Kleiner, ihr habt keine fucking Ahnung, was du willst. Du sagst zwar das, aber du machst das. Wie soll ich dir coole Freundschaften zuspielen? So, das heißt, ja, wir gehen das Risiko ein, abgelehnt zu werden. Wir gehen das Risiko ein, allein zu sein. Wir gehen das Risiko ein, dass manche Beziehung, peng, platzt. Aber nochmal zu der Frage zurück von gestern. Wenn du dein Leben wirklich ernst nehmen würdest, wenn du von dem Punkt kommen würdest, ich habe keine Ahnung, wie lange ich lebe, willst du lieber mit 20 Menschen durchs Leben marschieren, wo du permanent das Gefühl hast, oh, nee, nee, nee? Oder wirst du sagen, ich gehe jetzt aufs Ganze, ich formuliere jetzt, wofür mein Leben wirklich steht und ich stelle mich da draußen und sage, hier, wer hat Bock auf dieses Spiel? Und dann kommt vielleicht einer, dann kommen zwei, vielleicht kommen drei, aber mit denen macht es dann richtig Spaß. So, wenn du hier an diesem Date mit dir selbst nicht nur teilnimmst, um dich zu trösten, um ein paar nette Minuten zu haben, sondern wenn du sagst, ich meine das mit der Selbstliebe echt ernst, dann musst du, ich betone an der Stelle wirklich, dann musst du dir das Thema Werte anschauen. Okay? Werte sind quasi die Wirbel von deinem geistigen Rückgrat. Werte helfen dir, dich aufzurichten. Werte helfen dir, in allen Situationen deines Lebens zu schauen, okay, bin ich auf meinem Pfad, bin ich meinem Glauben wirklich treu? Und auch in Beziehung reinzugehen, viel klarer mit dem Gefühl von, das bin ich, das ist mein Wert. Und ich lade dich ein, den mit mir zu teilen. Wenn nicht, tut mir das weh. Vielleicht bricht mir sogar das Herz. Aber mein Geschenk an dich ist, dass ich ein klarer Mensch bin. So, das ist die Einladung. Das war eine Folge aus dem Podcast Seelengevögelt für die Rebellen des Lebens. Danke für dein Zuhören. Du kannst dich schon jetzt auf die kommenden Folgen freuen, denn wir haben tolle Meditationen für dich parat. Und wenn du bis dahin nicht warten möchtest, schau einfach auf Homo.dea vorbei. Wir verlinken dir Homo.dea an der Beschreibung und freuen uns auf dich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020